In diesem Video geht es um die besten OLED-TVs. Der Qualitätssieger in unserem OLED-TV-Test geht an den Sony KE55A8. Der Leistungsstärke-Prozessor in diesem 4K-OLED-Fernseher in elegantem One-Slate-Design erzeugt ein wunderschönes OLED-Bild in perfektem Einklang mit dem Sound. Der gleiche Leistungsstärke-Prozessor wie bei dem 8K-Fernsehern analysiert Bilddaten präzise und sorgt so für intensiven OLED-Kontrast mit reinem Schwarz, maximaler Helligkeit und unverfälschten Bildern. Der Pixel-Kontrast-Booster optimiert Farbe und Kontrast in hellen Bereichen, um Szenen mit natürlichen Schattierungen und Nuancen, mehr Tiefe, feinen Texturen und dem satten Schwarz-Kontrast darzustellen, den nur OLED bietet für lebensechte Farben, detailreiche, tiefe Schwarztöne und helle Lichter. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der LG OLED 55C17LB. Fesselnde Heimkino-Atmosphäre Das perfekte Schwarz- und der smarte Alpha 9 Gen 4 4Ki-Prozessor des LG C1 lassen ihre Inhalte in überwältigender Qualität erstrahlen. Gaming Sessions werden dank NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync und klarem Dolby Atmos Sound ein wahres Vergnügen. Überzeugen Sie sich selbst! Erleben Sie mit der OLED-Technologie dank Millionen selbstleuchtender Pixel perfektes Schwarz. Mit Cinema HDR unterstützt dieser TV alle gängigen HDR-Formate Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG. Dolby Vision IQ nutzt den Umgebungslichtsensor, um die bestmögliche HDR-Bildqualität zu erzielen. Die 360-Grad-Wirkung von Dolby Atmos schafft eine brillante mehrdimensionale Klangqualität. Für einen noch intensiveren Sound können bis zu zwei Bluetooth-Speaker mit dem TV verbunden werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem OLED-TV-Test ist der LG OLED 55B, der LG OLED TV B1 kombiniert gekonnt. Modernes Design mit innovativer Technologie genießen Sie die faszinierende 4K-OLED-Qualität mit intensiven Farben auf perfektem Schwarz, dem Alpha 7 Gen 4 4Ki-Prozessor und Cinema HDR mit Dolby Vision IQ sowie Dolby Atmos. Jetzt entdecken! Erleben Sie mit der OLED-Technologie dank Millionen selbstleuchtender Pixel perfektes Schwarz. Mit Cinema HDR unterstützt dieser TV alle gängigen HDR-Formate Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG. Dolby Vision IQ nutzt den Umgebungslichtsensor, um die bestmögliche HDR-Bildqualität zu erzielen. Die 360-Grad-Wirkung von Dolby Atmos schafft eine brillante mehrdimensionale Klangqualität. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.